Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 12. Wir sind hier in der Wasserstadt Aouda oder Aouda. Alter. Und wir können ja erstmal kämpfen, wenn ich erstmal muss. Au. Also, ich muss ja eins sagen, ich kriege ja von künstlichem Zitronengeschmack. Beziehungsweise wird mir davon halt richtig schlecht. Ich gebe mich nicht mehr gut davon. Und beim Fitnessstudio, ich hatte so eine Getränke vielleicht, ne? Da bieten sie auch Zitronenwasser. Auf dem Label steht 100% Natur. Da hat sie so, hm, ja, mal sehen, wie natürlich das ist. Äh, schmeckst du, ob das, äh, echt Zitrone ist oder Zitronensäure, beziehungsweise. Ähm, oder ob es halt künstliches Zeug ist. Und dachte mir, ja, mach ich mal auch Verdacht. Ne, ich mal auch Verdacht. Und, es schmeckt echt nach Zitrone, es schmeckt nicht künstlich. Ich kann immer noch nicht sagen, ob es natürlich ist oder echt. Aber, äh, natürlich oder künstlich. Aber, Aber, es, ähm, schmeckt auf jeden Fall nicht künstlich. Das ist schon mal ganz gut. Siehst, jetzt sollten wir vielleicht auch mal wieder das Magnesium zusammenrühren. Okay, da komme ich her. Da geht es weiter runter. Dann komme ich mir erst mal in die Ecke her, ob es hier irgendwas gibt. Wir versuchen natürlich darauf zu achten, ob irgendwo die Kisten oder so rumliegen. Okay, wo hängt sich das Gämmel mit dem Ecke bei Pennerlau auf? Ja, aber ich versuche nicht so wie in den Ruinen Wraith Walls oder wie das Ding nochmal hieß. Ich versuche nicht wie damals so hart reinzufällen. Und was habe ich da liegen lassen? Ich glaube, da habe ich sogar Bann. Ich will, finde ich, schon wieder was Wichtiges. Ah, okay. Deswegen sehe ich mich jetzt hier erst mal ganz gemütlich um. Ach. Ich muss noch daran denken, nachher bevor ich arbeiten fahre, Videos zusammenzufügen und zu rendern. Können die ganzen Videos fertig produzieren. Ich goed. Ah. Okay. 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 wo geht es jetzt eigentlich ich bin verwirrt von der karte ok aber der einzige weg der verfügbar ist ich wollte mal kämpfen weil sie kriegt halt null lp ist halt echt ein bisschen schwierig ja dann haben wir definitiv wieder was was verkaufen können 434.000 am schießt doch doch hier ist auch so schalte die scheibe Für deine Vorteile, ich mag es, wenn du auf mich schießt. Darf ich? Wie sieht es mit den Leveln aus? Paarontor. Scheiße, ich muss jetzt echt einmal komplett zurücklaufen. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich gehen muss. Wie komme ich da jetzt, um da in eine Sache zu holen? Halt! Machen wir den Loot mit. Gucken wir mal. Das sieht aus, als wäre ich jetzt das Tor offen. Ja. Ja. Das finde ich hier. Und jetzt muss ich theoretisch darauf warten. Wenn das Fran wieder aktiv ist. Der Stopp hält sich da irgendwann auf. Ja. 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 jetzt waren dem china krangel geben seid stolz auf mich ich wusste den namen des alters umgottes willen doch zufällig den richtigen weg gewählt ich kann's shake the feeling we're somewhere we're not meant to be yeah it's exciting exciting you are not troubled by the unknown who can say what lies ahead we may encounter the very creatures of nephesite yeah I don't know what we'll find I like it better that way you're sounding more the sky pirate every day I don't know if I'm going to be here or if I'm going to be there oben gerade doch was verpasst habe schreibt mir gerne in die kommentare wenn ich da oben was verpasst habe schlaf gar auch wenn ich umgekehrt aber wenn ich ein speicherkristall da vorne ja speichern ja schon wieder so verwinkelt mag das nicht wieder so her m ist ja es wird es wird Ich bin ein bisschen zu verwinkelt. Also was so manche Designs angeht, ist das Spiel echt nicht so mein Favorit. Macht schon Spaß und alles, aber echt manche der Designs sind so mag ich nicht. Ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu holen. Da drüben ist nicht mal eine Kiste. Ne. Oh, das sieht mir noch entgegen aus. Technik. Äh, ne. Mistrons, Mistech, Mana-Fusion. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-1. 5-4-3. 5-4-1. 5-5-1. 5-4-1. 4-1. toll das war jetzt dumm das war jetzt wirklich dumm der Eis ist effektiv dann nehme ich mal mit dem und 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 und